Was geht meine lieben Soccer Chuckies? Hallo bis wieder hier. Herzlich Willkommen zu einem neuen Call of Duty Mobile Video. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Eines der letzten Male jetzt mal wieder bevor jetzt meine Android Box kommt. Dann geht es wieder wie gewohnt auf Maus und Tastatur los. Wir haben eine neue Season. Zwei neue Maps sind da. Einmal diese hier und einmal diese hier. Und dann haben wir Erobert und Halten aus Call of Duty Cold War. Ich hoffe, dass der Rechner das jetzt mitmacht. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie die Map aussieht. Und Alter, eine 10 vs 10 Map. Und die sieht einfach mal riesig aus. Ich glaube, das ist die größte, größte Dings Map. Oh mein Gott. Oh nein. Das haben sie nicht gemacht. Would you remember to incorrect. Du weißt, wir sind E5. We greet. Aber Alter, wie groß ist die Map bitte? Wir Sono aus problema. Nicht, dass wir mit der ambulance machen. Wir haben mit der iOS coisas. Nicht nur Auf psychologist. Nicht nur auf dem 프로젝ere, auf demerezig sind. 1 habe ich mit einer hoch ich hab dich auch aber jetzt gerade scheinen das wir uns machen trotz der riesigen neuen Map nice haha weiter finden sie alle ich verstehe wie alle die 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 Oh, dass ich den noch bekommen habe. Nein. Egal, ich habe einen Cluster-Schlag. Haha. Ich kann euch mal gucken. Ach, ich bin auf der Bühne. Der Aero-Schlag ist in der Runde. Anstieg zu Hause. Er hat sich nicht aufgerissen. Wir haben auf die E-Bühne verloren. Wir haben den E-Bühne verloren. Das schaukelt, ich bin auf der Bühne verloren. Was ist das? Ein Runde. Ein Runde. Ein Runde. Ein Runde. Ein Runde. Ja, zu viel gewollt, zu viel gewollt, egal, wir haben eine Drohne. Ja, zu viel gewollt, 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 wir haben eine Drohne. Wir haben eine Drohne. das hier ist jetzt die geringste grafikanstellung das das gefällt mir an sich ganz gut wir spielen auf dem neuen modus erobern und halten natürlich auf jeden fall ist das hier einfach nur dings weil in cold war gibt es ja auch aber halten und das ist ein bisschen anders aus ich hab euch ich hab dich nein wo kommt die denn jetzt her die hochladen und dann bald wieder werfen äh gangheit das ist das ist das ist du 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 Keep on them, I'm warning this one. We have been online. Cover me, reloading. Target down. Contact with enemy. We're capturing A. Losing B. 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 Is this the model? Okay. We captured A. Enemy has Charlie. We've taken... We're capturing Bravo. EMP systems ready. Let's go, let's go, let's go. We captured Bravo. Losing A. Enemy contact. Enemy contact. Sentry are ready for deployment. Airstrike is ready. We've lost Alpha. We're capturing A. We're capturing C. We captured C. A. Losing B. Losing B. Enemy contact. Tango down. Friendly air strike incoming. Losing Bravo. It's not a good model, but... Enemy down. I'm just... No, what? Los! Was ist das für eine Kastro, Alter? Kann eine LMG sein, aber... Die feiert wie so eine mega Nagelkanone halt, ne? Naja, das war's von diesem Video. Ich hoffe ihr hattet auch mit Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ich bin raus.